Hier kommt, der eine Reiner mit. Oh Mann, der eigene Mann blockt hier. Bang. Oh nein. Oh, nicht schon wieder rot. Ding, ding, ding. Wetten, dass ihr es nicht schaffen, heute keine Wette. Wette leider nicht geglückt. Ja, liebe Freunde, da habe ich am Donnerstag ein bisschen zu viel versprochen. Denn leider gibt es bei FIFA 16 Georgien nicht. Aber natürlich müsst ihr auf Fußball trotzdem nicht verzichten, ihr Verrückten da draußen. Mike und ich haben uns gedacht, dann spielen wir unser El Clasico Real Madrid gegen Barcelona. Moin, Leute. So, genießt den Fußballamt mit ein bisschen spanischem Spitzenfußball. Oh, jo. Das wird richtig viele Tore geben. Ich stehe einfach mal auf totaler Angriff und dann schauen wir, was bei rauskommt. Ja. Ich hoffe... Ich habe das schon tausendmal gesagt. Obwohl, wieso gebe ich den Tipps? Mach, Robert de Vils. Oh. Scheiße, das war knapp. Oh, da freut sich aber jemand hinten im Kasten. Klar. Kassia. Der Torwart heißt ja genauso wie Kassias. Das letzte S wurde weggenommen. Ach, scheiße. Was mache ich denn da? Das ist alles. Ja. So, mein Ziel ist es jetzt hier, zum ersten Mal in einem FIFA 16 Match keine rote Karte zu bekommen. Oh, das ist praktisch unmöglich. Ja. Gerade du. Ich weiß. Und vor allem totale Angriff. Denn habe ich hinten so wenig, mit dem muss ich ja kretschen. Aber egal. Hab mich vertan. Der Torwart heißt Navas. Nicht Kassia. Jetzt. Aber ist ja heute nicht so ganz wichtig. Oh, das war schwach. Okay, wir schließen uns hier erstmal warm. Ach so, abgeblockt. Okay, gut. Ganz so schlecht war ich denn doch nicht. Ja. Oh. Ja, geht doch gut los hier. Hat angekündigt, eventuell bei Barcelona seine Karriere zu beenden. Aha. Aha, ja. Ja, gut, der hat ja sowieso schon ausgedient, was das Finanzielle angeht. Boah. Nein. Alter Schwede. Was für eine Glanzzahl von Claudio Bravo. Ja. Gucken wir doch mal in James mit einem Hammerschuss. Ja, die erste Aktion von Mike und die hat es wirklich schon in sich. Achtung. Groß. Komm. Ball. Und Schuss. Nein. Nein. Ey. Ey. Oh, das ist doch beknackt. Ja, Pepe. Das sieht immer ganz schön klein aus. Ja, und ich habe doch nichts gemacht. Nee, hast du auch nicht. Also Pepe hat sich clever eingefädelt. So, Leute, schreibt mal in die Kommentare. War das ein Freistoß? Ja. Ja, wirklich. Vor allem in Elfmeter. Oh Mann, wo schieß ich hier, ne? Ach. Du Dreckskerl. Naja. Also 0 zu 0 geht die Partie schon mal nicht aus. Hey, super. Wir haben ja viele Tore versprochen. Das dient ja jetzt ein bisschen. Halb oben, halb rechts. Ja. Super. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Nein, nein. Komm, nein. Oh. Was macht der Kiefer denn da? Keine Ahnung. Hat er sich erschrocken? Ja, anscheinend. Du wirst weg mit dem Ball. Den will ich nicht. Was ist hier? Ich hab jetzt Pause. Hier, komm. Dann rein damit. Oh Mann, der eigene Mann blockt hier ab. Bang. Oh nein. Oh, nicht schon wieder rot. Ding, ding, ding. Wetten, dass sie es nicht schaffen. Heute keine Wette. Ich wette leider nicht. Viertes Match. Spielball FIFA 16 und vierte rote Karte. Das ist doch echt verrückt. Aber ich hab den auch geil umgeniedert. Achtung und hau ab, du Fennner. Voll mit dem... War das... Ja, das war mit dem Knie in den Oberschenkeln. Das tut sauweh. Ja, hallo. Der sollte ausgeschaltet werden. Ja. Oh, kacke. Oh, das war nicht schlecht. Oh, hast du das gesehen? Ja, ja. Selbstvorlager und dann... Wir gewinnen trotzdem noch. Das weiß ich. Ah. Oh. Ja, ja. Warum steht der Stegen nicht im Tor? Als Ex-Bladbarat. Stimmt, hätte ich eigentlich reinnehmen können. Laufen. Los, laufen. Ich schäme mich bei euch. Ganz stark. Ah, ganz schwach. Was war drauf, Boss? Was war drauf, Boss? Und... Super gehalten, super gehalten. Einer rauf. Ja, okay. Mein Gott, du solltest flanken, du Schäfer. Du wolltest da auf dieser Wand da draußen gerade Messi abschießen. Ja, genau. Hast du auch. Jungs. Ja, na, es geht doch. Schöner Ball. Nochmal. Ja. Nein. Ach. Oh, verdammt. Nein, nix da. Nein, gibt's nicht. Hier ist einmal Straßenfußball. Ne. Oh. Abseits. Oh, komm schon, Mann. Ja, dir war Glück. Das war, glaube ich, sehr, sehr knapp. Oh, schwach. Oh, auch schwach. Oh, schwach. Ganz stark. Jetzt. Ach. Das muss es eigentlich sein. Solche Chancen darf man nicht ungenutzt lassen. Super. Ja. Ah, clever gemacht. Ja, ja, ja. Clever gemacht. Ganz stark durchgesetzt. Ach, du. Vollong. Oh. Komm. Gegen die Eckfahne. Ah, knapp vorbei. Ja. Zählt alles Luft. Ja, ja. Na klar. So oft gehabt. Ja. Also, in der Realität, aber im virtuellen Leben, nö. Du, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal. Also, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Oh. Aha, Mann. Ich wollte dir mal was ausgefallen ist. Hier mal diese 0815 Standard-Tore. Nein, Spaß beiseite. Jetzt. Jedes Tor ist was Besonderes. Klasse. Ganz stark. Oh. Wow. Magie da weg. Och, gegenseitig behindert. Oh, nein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie bitte. Na. Gott sei Dank. Nein, fuck. Scheiße. Mike. Der Heber ist mal was anderes, aber ich habe leider vergessen, gerade zu lupfen. Mike führt immer noch und ich habe gerade nicht so viele Chancen. Und ein Mann weniger. Ja, super. Könntet ihr auch mal reingehen. Oh, da oben hin. Genau. Gut gesehen. Und jetzt, zack, stehen lassen. Oh, ganz stark gemacht. Was für ein Taubenzug. Oh. Ja, James, Rodriguez, 2,80 Melle gekauft. Pff. Gott. Ihr sicher? Das ist krank. Nein, das ist Madrid. Ja, ja. Ganz hervorragend. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Oh. Fuck, Alter. Boah, was für ein Abwurf. Das ist ja locker 40 Meter. Wird bekloppt hier. Läuft nach Plan hier, mein Mann. Für mich, für mich, für mich, für uns, für dich, für uns, für dich, für uns, für mich, für dich. Schussgeläugert. 88 Prozent. Ach du Scheiße, ey. Ja. Und da passt genau, ich war 75. Also, Mike stellt hier neue Rekorde auf und ich, äh. Du kannst dich wieder mal nicht beherrschen, was die Karten angeht. Also, ich muss alles versuchen, hier meine Negativ-Serie irgendwie, äh, nun zu beenden. Hm. Und dafür heißt es, oh, jetzt ist aber ruhig geworden hier. Meine Güte, eben gerade noch. Ich muss gerade sagen, wir sind nicht auf dem Friedhof. Ja, eben gerade noch richtig Stimmung in der Bude und nun sind sie traurig. Ach so, ja, weißt du warum? Sie stehen alle noch vor der Frittenhütte. Ja, ja, die kommen jetzt erst wieder alle rein. Sehr gut. Boah, das war riskant, aber auch. Ja, das war stark. Das war einfach nur stark. Fuck it. Ja, okay. Nein, verdammt. Oh, Mann, ey. Oh, Scheiß. Jetzt los. Oh, nee. Grätschen. Du bist doch krank, Alter. Ach, das ist mein Job hier. Was? Herr Grätschen. Weißt du, was ich hier in dir sehe? Ich sehe in dir wirklich den Krankenwagenfahrer, der mit dem Krankenwagen auf das Fell fährt. Ja, um in die Leute umzunieten. Ja! Also wenn, dann natürlich über Ecken. Also Ecken, das war schon mal eine Spezialität bei FIFA 15. Es hat geklappt. Messi trifft. Fuck. Gucken wir uns nochmal kurz an. Das ging jetzt ziemlich schnell. Es ist wirklich unglaublich. Messi ist 1,70 Meter und er steckt so wahnsinnig hoch. Ja. Okay. Das macht doch Mut. Gut. Ja. Oh. Ich war fast durch. Ah, dann habe ich alles riskiert hier nochmal. Super Pass. Ja. Kommt, lauf in der Mitte mit. Jetzt, eine schöne Flanke und dann haben wir es. Nein. 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 Puh. 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 Das. Das gibt es doch gar nicht. Ey. Unglaublich. Wieso. Wieso geht er nicht zum Ball und schießt da rauf? Unglaubliche Seelen. Echt. Und schon wieder bin ich 10.000 Jahre älter geworden, ey. Ne. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das. Ey, nee. Das ist ein Unding. Schweiß dich in die Bahn. Nein. Oh. Ah. Ich krieg zu viel. Na. Und dann sowas. Wir haben natürlich keinen Spieler hinten. Hahahaha. Nein. Danke so. Oh, fuck. Ey. Freunde. Schreibt das in die Kommentare. Habe ich das verdient? Nein. Doch. So viel du mich bei FIFA 15 abgezogen hast. Jetzt kriegst du die Packung. Ey, fuck. Ich hätte, oder der eine Spieler hätte ins leere Tour nur noch einschieben müssen. Wir setzen hier alles auf eine Karte und dann sowas. Geile Spiel, Alter. Du hast nicht so viel versprochen, was die Tore angeht. Ja, aber jetzt pass mal auf. Jetzt fallen die auf der richtigen Seite. Ach ja? Okay. Ja. Oh. Fuck. Ich auch. Scheiße. So, das Netz muss erst mal geflickt werden hier, die Löcher. Och. Verdammter Mist. Jungs, weiter so. Komm, wir haben hier noch Zeit. Hier ist noch viel möglich. Tore kann man ganz schnell erzielen. Ja, abseits. Aber das war ganz deutlich. So, schnapp dir den Ball. Hier, komm. Keine Sekunde. Irgendwie verschwenden. Und go. Gareth Bale. Ja. Doch nicht. Du sollst einfach nur nach oben. Na, immerhin. Schade. Oh. Oh. Nun content. Oh. Aluminium, liebe Leute. Ganz stark. Könnt ihr das glauben? Könnt ihr es glauben? Ja, das können wir glauben. Ich kann es nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Ecke. Noch eine Ecke. Scheiße, Mann. Scheiße. Die kommt gut. Die kommt sehr gut. Jo. Und schon wieder eine Ecke drin. Ich sag ja, Ecken, das ist mein Ding. So, 3 zu 2. Weiter geht's. Die zweite Ecke verwandelt aus dem Spiel heraus. Treffe ich einfach nicht. Aber hier. Tada. Der ruhende Ball. Das ist meine Waffe. Oh, ich liebe Ecken. Okay. Meine Aufgabe, keine Ecke. Oh. Ja, und Mike, ich wollte nur kurz anmerken, was meine Aufgabe ist. Hahaha. Ah, nee, du. Was ist? Tut's weh? Nein. Nein, ich frage erst Soares, weil er sich die Brust hält. Äh, ja, was mach ich denn jetzt? Ballbesitz, 50-50. Oh, cool. Danke, Ecke. Ja. Nein, nicht. What? Okay. Ich dachte, ich wäre noch dran. Ah, falsche Seite. Gut aufgepasst. Super gesehen. Ja, Mensch. Ah, aber Ecke. Ecke, Ecke, Ecke. Ecke, Ecke, Ecke. Aber nein, es ist Ecke. Fuck. Oh, der war nicht gut getreten diesmal. Leider. Schwein gehabt. Fuck, verdammt, Mann. Ja. Ah, abseits. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Ich bin nach wie vor einmal ein Weniger, aber das muss ja nichts heißen. No. Oh, ja, der sollte ganz anders kommen. Jo. Her geschenkt. Komm, kein Zeitspiel. Mach hin, oder? Super. Ja, nein. Ganz schnell. Ah, nee. Was macht der Keeper denn da? Hey, du Feinbe. Geh zurück in deinen Kasten. Super. Los. Nima. Oh, klasse Junge hier. Nein, nicht Nima. Nicht Nima. Nein, nein. Oh. Na, was hat aus deinen zwei Fehlern gelernt? Ja. Oh, da ist ja gar keiner. Klasse. Scheiße. Weg da, du Schiri. Oh. Meine Güte. Das geht so gar nicht. Christian, den machst du normalerweise. Boah, jetzt mach ich mal ein paar Ecken hierher. Pass mal auf. Oh. Scheiße. Leute, kommt schon. Kontern. Ja. Vier Minuten Nachspielzeit. Das dürfte reichen. Gut gesehen. Ja. Drei zu drei. Da ist es. Und schon wieder Messi, glaube ich, oder? Ja. Tatsache. Drei zu drei in der Nachspielzeit. Schon wieder per Kopf. Ja. Das geht's doch nicht. Ey, hat der wirklich irgendwelche Fehler oder seine Schuhen? Das ist doch nicht so fassend. Ich glaube, seit der 17. Minute oder so in Unterzahl. Mit drei Toren. Das erinnert mich so ein bisschen an das Siegfinale 2012. Da hat er genau so ein Ding gebracht. Oder mit zwei Toren in Rückstand zwischenzeitlich. Ja, vorbei. Hoch. Rauf da. Ja. Jetzt. Vielleicht so pfeift er das ab. Ich werde... Naja, fast durch. Oh. Zwei zu drei. Also, ich kann mich freuen, bin aber am Ende natürlich unzufrieden wegen der roten Karte. Also, ich glaube, defensiv hätten wir besser gestanden. Ganz ehrlich, ich hätte die zwei Heber und den Pfosten-Schuss reingemacht, wenn das Ganze hier 6-4 oder so ausgegangen. Aber immerhin, ich meine, die haben gesagt, es wird ein paar Tore geben. Jetzt sechs Stück. Das ist schon mal nicht schlecht. Wieso darf der den Ball mit nach Hause nehmen? Was soll das denn? Weil er drei Tore gemacht hat. Ja, und ist wieder egal. Das ist das Eigentum für eine Real Madrid, Mann. Jetzt nicht mehr. Ja, liebe Leute, das war's. Dann schauen wir nochmal auf die Werte gleich. Machen wir. Dreimal Messi, dreimal Kopfball. Ich kann es nicht fassen. Ja, zweimal Ecken. Ich muss mal gucken, wie viele Ecken es insgesamt gab von mir. Oh, ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Fair Play. Sieben Stück. Ja, das ist nicht schlecht. So, 11 zu 17 Schüsse für dich. Aufs Tor von mir mehr. Ja, ja. Mehr Ball bis jetzt. Zwei Kämpfe gleich. Fouls du, der du, rote du, Verletzung kein. Schussgenauigkeit bist du super. Abseits ich einen mehr. Ecken du ein paar mehr. Ja, kein Wunder. Ja. Schussgenauigkeit ich. Passgenauigkeit auch ich. Äh, okay. Ja, 72. Ja, Leute. Da seht ihr die ganzen Ereignisse. Also, ich glaube, es hat Laune gemacht. Das macht Bock auf mehr, Leute. Das ist einfach. Genau. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch Feedback als Kommentar eben hinterlasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bei mir ja auch, ne? Bei mir ja auch. Genau. Dann, macht's gut. Ne? Ciao, Leute.